In diesem Video geht es um die besten Satelliten-Receiver. Der Qualitätssieger in unserem Satelliten-Receiver-Test geht an den Technistar S5. Mit umfangreichen Multimedia-Fähigkeiten, integrierter CI-Plus-Schnittstelle kompatibel zu HD Plus und Sky sowie zahlreichen digitalen Zusatzdiensten bietet der HDTV-fähige Digital-Sat-Receiver Technistar S5 maximale Funktionsbreite und besten Benutzerkomfort. Steuerung per Fernbedienung oder App Mit der App Technisat Connect den Receiver nicht nur zu Hause steuern, sondern auch von unterwegs programmieren. Bilder können detailreicher und farbgetreu dargestellt werden, Konturen und Kontraste erscheinen präziser, ein lebendigerer Eindruck ist das Ergebnis. Zum Empfang von verschlüsselten, entgeltpflichtigen Programmen beispielsweise HD Plus oder Sky ist ein CI-Plus-Modul und Abo des jeweiligen PayTV-Anbieters notwendig. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der GT Media V8X. Mehrere Methoden der Entschlüsselung Verbinden Sie WiFi oder ein Netzkabel, um Videos von YouTube online zu sehen. Mehrere Entschlüsselungsmethoden Geben Sie Ihre Codes ein, um Fernsehsender und verschlüsselten Radios auf CC-Cam, NewCam, MG-Cam und ca. Kartensteckplatz zu sehen. Der Satelliten-Receiver GT Media V8X unterstützt DVBS 2X bis Autoroll, Full Power View, Dreh und bis Key und vieles mehr. Das GT Media V8X-Unterstützungssoftware-Update ermöglicht den Anschluss eines USB-Flash-Laufwerks oder einer Festplatte, die für das Timeshift-TV-Programm, PVR-Videoaufzeichnung und Multimedia-Player-Funktionen verwendet werden kann. Unterstützt automatische Netzwerksuche für neue hinzugefügte Transponder, mehr als 6000 TV-Kanäle und programmierbare Radio, Aufzeichnung eines Kanals, kann einen anderen Kanal unter dem gleichen TP-Multikanal-Bearbeitungsfunktion. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Satelliten-Receiver-Test ist der HD-Line Echosat 209. Der Satelliten-Receiver hat ein hohes Maß an Auflösung und verfügt gleichzeitig über mehrere Funktionen. Die Hauptmerkmale des Satelliten-Receivers sind HD, HDTV, DVB-SDV-BS2, HDMI, AV, 2x USB 2.0, Full HD 1080 Pixel, digitaler Audioausgang. Es bietet seinen Benutzern angenehme Momente mit mehreren Funktionen. Alles, was sie benötigen, ist in der Box. Eine neue Einstellung ist hier nicht notwendig. Mit der kinderleichten Menüführung können Sie problemlos Sender und Kanäle suchen, löschen und verschieben. Mit diesem digitalen Satelliten-Receiver werden Sie hohe Qualität an Ton-, Bild- und Rauschwerte genießen. Sie können die Sendungen vom Satelliten-Receiver wie Astra, Hotbird und Türksat in Full HD 1080 Pixel Qualität anschauen. Die Steuerungsfunktion der Fernbedienung ist sehr gut. Sie können den Satelliten-Receiver über weite Entfernung anwählen und Sie können die gewünschte Bedienung leicht ausführen. Genauso können Sie Ihren USB-Anschluss mit der Fernbedienung ansteuern. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.